einen wunderschönen guten morgen nach deutschland und in die ganze schöne große weite welt heute ist der 15 juni 2022 wir haben wieder eine volle sendung andreas hoffte dass es heute ein bisschen kürzer wird aber andreas ich muss dich enttäuschen hätte mich auch gewundert kurz zum wetter guten morgen auch von mir wir haben einen sommertag heute wieder und diese tage soll es immer so um die 23 25 grad werden insgesamt und jetzt warten wir einfach mal ab ob es auch so wird der himmel sieht vielversprechend aus stahlblau und da das wasser ist relativ bewegt schaumkronen oben auf dem wasser des sees und es changiert vor sich hin vorne das satte grün sonne alles gut der silbersee lässt grüßen und zwar euch alle in die ganze schöne weite welt denn diese welt wird ja auch immer mehr zusammengezogen beziehungsweise soll sie das zu einem großen globalen führungsbunker und dazu passt diese meldung hier die vereinten nationen und der wef oder das wef das weltwirtschaftsforum schließen sich zusammen andreas das heißt dein lieblings milliardärs gründungs initiator klaus schwab vom weltwirtschaftsforum und un generalsekretär antonio gutteres haben eine entsprechende vereinbarung unterzeichnet mit dem ziel dass die agenda 2030 beschleunigt werden möge also der zeitdruck der ist weiterhin fühlbar ja also das world economic forum wird jetzt in die liga der großen ngos auch offiziell und medial mit aufgenommen offenbar der zusammenschluss ist natürlich keine fusion das könnte man im ersten impuls eben halt auch erwarten sondern es eine ganz klare strategische zusammenarbeit in richtung der wef strategen wozu auch unser guter freund herr harari gehört der uns hier erzählt wie man mit den nutzlosen essern in zukunft umgeht also ungefähr mit ob nur noch ungefähr circa 90 prozent der bevölkerung die dann mit drogen und mit fernsehspielen oder nicht wer sie sind mit computerspielen dann am leben gehalten werden ich kann euch nur empfehlen geht auf die seite des wef dort gibt es eine aktuelle seite dort werden jeden tag manchmal ein dutzend mehr oder weniger artikel gepostet was man so vor hat und was diese agenda 2030 bedeutet aus deren sicht das ist in der tat also wenn wir uns das buch von klaus schwab ansehen das vor zwei jahren erschienen ist the great reset worin ja mehr oder weniger alles das schon vorausgesagt wurde was jetzt passiert inklusive lebensmittel knappheit inklusive der sich über stürzenden höchstpreise für energie und für lebensmittel inklusive der beginnenden unruhen auf der ganzen welt inklusive der beginnenden hungerkatastrophen auf der ganzen welt inklusive der zerstörung nicht nur der mittelständischen unternehmen sondern so langsam auch der großen industrie standorte wir kommen immer wieder darauf herr schwab muss hellsichtig sein aber das ist seine agenda andreas wenn man also sich die punkte die wir hier seit zweieinhalb jahren beleuchten aus dem wef wenn wir uns die näher ansehen du hast harari gerade genannt der also tatsächlich mit seinen künstlichen intelligenzforschern gemeinsam darüber auch spricht dass der mensch jetzt ewig leben wird aber nicht die nutzlosen esser die man also vor metaverse oder in metaverse parkt und sagt sitzt da ist eure chips und tut so als ob das die reale welt ist und ihr könnt verreisen und alles aber leider dann nur virtuell wenn man sich das alles anschaut was haben die vereinten nationen vor naja wir sehen ja dass es alles ganz offen abläuft und das ist für mich das erschreckende an der ganzen geschichte man erwartet offenbar das ist das erste was ich jetzt wichtig finde dabei zu erwähnen man erwartet offenbar keinen großflächigen volksaufstand man glaubt man hat die menschen schon so eingesackt dass sie sich nicht mehr wehren können der vergleich also beispielsweise mit der russischen revolution mit der französischen revolution wo die menschen auf die straße gegangen sind und haben gegen die regierungen gekämpft diese zeiten sind offenbar vorbei es ist mehr oder weniger eine dröge tumbe masse die man mittlerweile massen verblödet hat durch dieses brainstorming was dort eigentlich stattfindet durch diese massiven manipulationen des geistes so und es geht darum jetzt diese neue weltordnung offenbar auszurufen in der über 90 prozent der weltbevölkerung überflüssig sind und überflüssigkeit ist kein indikator für ein gutes selbstbewusstsein und eine hohe lebensqualität wenn ich morgens aufwache und fühle mich nutzlos und überflüssig das kennen viele übrigens schon durch die verwerfungen aus den normalen systemen die wir haben in der vergangenheit dann ist das eine sehr schlechte situation und da geht es dann darum den menschen dann in irgendeiner form eine art trost zu verschaffen indem man sie dann eben halt mehr oder weniger mit drogen und mit mit diesen computerspielen dann am leben hält das ist das ziel offenbar das heißt die menschen selbst werden in ihrer eigenen eigenschaft als geistiges seelisches wesen abgeschafft und zu einer maschine degradiert also mehr oder weniger komplett materialisiert die künstliche intelligenz soll also die natürliche intelligenz verdrängen das sieht man beim herrn harari ganz deutlich wo ich die natürliche intelligenz gar nicht mehr erkennen kann sondern mehr oder weniger nur noch diese sachliche logische arithmetische abarbeitung der irgendwo in seinem verstandes gehirn abläuft und das ist tragisch wenn solche menschen die führung bekommen ja es war ja schon sehr auffällig was wir in den letzten jahren hier beobachtet haben dass beispielsweise bill gates sonder sendezeiten bei den tagesthemen und übrigens bei vielen anderen weltweiten mainstream medien erhalten hatte um zu verkünden dass die ganze welt durch geimpft wird dass er selber an den impfstoff entwicklungen mitgearbeitet beziehungsweise alles mit finanziert und daran auch sehr viel geld verdient hat und weiterhin tut das wird von den investigativen journalisten bei tagesthemen und co nicht genannt es gibt andere mainstream medien die lassen sich von herrn gates mit finanzieren wie der spiegel der fast fünf millionen euro schon erhalten hat da wird dann auch nicht drauf geschaut aber ich möchte noch mal andreas das kurz beleuchten einzelpersonen die sehr viel geld haben wie bill gates wie elon musk wie jeff bezos wie george soros die greifen ja mit ihrem geld mit ihren angeblich philanthropisch ausgerichteten stiftungen in das weltgeschehen ein sie verdunkeln die sonne sie bringen andere giftstoffe in unsere welt mit dem heeren ziel den klimawandel zu verhindern beziehungsweise die sogenannte klima erwärmung und elon musk ist es gestattet aber ich weiß gar nicht von welcher instanz auf dieser welt dass er der zigtausende starlink satelliten am himmel aufhängen darf das sind ja alles eingriffe wo man als bürger sagen könnte nein ich bin damit nicht einverstanden wieso kommen da ein paar vereinzelte milliardäre her und verändern unsere welt so und wer bislang gedacht hat die vereinten nationen die fast 200 länder unter ihrer ägide versammelt haben wo große pakte immer wieder beschlossen werden die würden das gute für die welt wollen spätestens jetzt bei dieser meldung muss man sich doch fragen was haben die denn jetzt alle gemeinsam vor also das muss man in das große bild erst mal reinfassen glaube ich also mich erinnert das ganze irgendwo und das ist jetzt nur eine these eine verschwörungstheorie einer eine sache einer organisierten kriminalität organisierte kriminalität kennen wir aus mafiösen strukturen wo dann verschiedene elemente in diesen organisationen bestimmte aufgaben haben der eine spät aus der andere fährt den fluchtwagen der andere bricht ein der nächste macht den tresor auf und ein weiterer anderer der muss dann die hellerware anschließend verhökern das ist erst einmal die große geschichte dieser organisationen und wenn man es schafft diese organisierte kriminalität noch weiter auszuweiten dann geht man irgendwann ran an die polizei und an die behörden an die exekutive und schmiert dann den einen oder anderen polizisten so ist das damals gewesen die spitze der organisierten kriminalität wäre dann erreicht wenn man es schafft auch die staaten und die justiz hinter sich zu bringen und das geht aus meiner sicht über das geld wenn wir wissen dass die staaten und die medien von diesen genannten philanthropen direkt abhängig sind nein genau indirekt abhängig sind dann wird es etwas klarer es geht nicht nur darum dass ein bill gates eine sendung bei tagesthemen oder was bekommt indem er geld in die tagesthemen rein pumpt nein die ganzen öffentlich rechtlichen sender sind abhängig von den staatsgefügen denn das staatsgefüge bundesrepublik deutschland die regierungen die schaffen die rahmenbedingungen dass zum beispiel deutsche bürger gezwungen werden zwangsgebühren für diese öffentlichen sender einzuzahlen das heißt da ist eine abhängigkeit die staaten selbst allerdings sind auch abhängig weil staaten sind verschuldet wo holen die staaten sich das geld bei den banken wer aber sind die geldgeber der banken wer sind die eigentümer der banken das sind diejenigen die über die größten vermögen verfügen und die banken bekommen ihr geld über die großen finanzkapital sammelbecken da kennen wir blackrock wir kennen goldman sachs und so weiter und dort finden sich diese strukturen der philanthropen der sogenannten alle wieder und wenn wir wissen dass dort einzelpersonen sind die über vermögen verfügen die größer sind als nicht nur die staatshaushalte sondern das brutto inlandsprodukt sogar von ganzen staaten also die gesamte wirtschaftskraft dann wird klar wie groß diese unendliche macht ist und diese macht kann über verschiedene umwege der ngos der kapitalsammelbecken über die banken bis hin zu den schuldnern nämlich den kreditaufnehmern und da haben wir die staaten da haben wir die medien die dran sind und all die kleinen dinge die wir dran hängen haben und damit wird natürlich direkt einfluss ausgeübt bis in die regierungen bis in die exekutive legislative und die und dann haben wir genau dieses bild welches wir hier haben alles hängt letztendlich davon ab dass eine handvoll menschen im rahmen der konservativen revolution der umverteilung so viel macht auf sich vereint haben der herr harari der spricht ja immer von der nutzlosen masse also das sind ja dann ungefähr 90 prozent in anderen interviews habe ich ihn gehört wie er aber schon auch erwähnt hat dass diese masse sich gegen die pläne dieser milliardäre wohl nicht zur wehr setzen würde und wenn sie es versuchen würde dass man sich dann etwas einfallen lassen müsste kann es auch sein dass der großteil der menschheit von diesen selbst ernannten welt rettern derartig diffamiert wird und unter anderem als hirnlose seelenlose und nutzlose masse bezeichnet wird um sie machtlos zu reden ja natürlich sie sind ja schon fast weitgehend ohnmächtig gemacht also wenn ich mir ansehe beispielsweise in meinem umfeld die menschen die darunter leiden wie in deren umfeld so unglaublich viele leute völlig ignorant auf neue erkenntnisse reagieren zum beispiel auf die impfschäden die auftreten dass menschen also junge sportler im besten alter reihenweise auf den sportplätzen tot umkippen dass flugzeuge beispielsweise in gefahr geraten weil kapitäne sterben oder regelmäßig piloten im prinzip zusammenbrechen man nicht genügend personal bekommt wenn man diese gesamten zusammenhänge erkennt dann dazu die argumentationen dass die wirkung dieser impfstoffe eventuell auch kontroll maßnahmen sind bis hin zu mikrochips und so weiter und so fort und die sind eben nicht einfach pauschal von der hand zu weisen sondern sollten dringend diskutiert werden lange rede kurzer sinn trotzdem sagen die meisten tatsächlich lass mich damit in ruhe ich will es nicht wissen sie haben bereits aufgegeben oder man hat sie mehr oder weniger gebrochen gebrochen durch eine handvoll menschen die mehr oder weniger menschenverachtend hier eine neue situation installieren will was sie allerdings nicht bedacht haben dass es auch individualisten gibt und menschen die sagen nein ich widerstehe dem denken wir mal daran diejenigen die sich gegen die impfung entschieden haben und die ganze zeit sich geweigert haben das sind doch heute schon die gewinner gegenüber denen die ganz blind losgelaufen sind und ich möchte nicht wissen wie viele nachts manchmal schweißgebadet in angst sind und hoffen ich habe die impfung bekommen und ich hoffe dass ich da nicht von betroffen bin unter irgendwas ganz schlimmes reingespritzt bekommen haben und ich habe viele menschen gesprochen die sich sogar haben impfen lassen und sagen sie würden es nicht wieder tun all diese dinge gehören mit dazu und dann kommen die großen ängste die wir haben von den kriegen über atom und so weiter und so fort und ja damit funktioniert es ja du hast aber gesprochen von der kleinen gruppe der individualisten und deren kraft die das morphogenetische feld eben auf günstige weise auf aufbauende und konstruktive weise nährt diese diese gruppe wird weiterhin dafür sorgen dass es diesen herrschaften doch ein bisschen schwer fallen dürfte bis ans ende zurück zu kommen oder bis ans ziel zu kommen was sie sich vorgenommen haben wir sind fest davon überzeugt dass ihnen das nicht gelingen wird und dafür gibt es auch entsprechende beweise nämlich zum beispiel eine meldung aus den usa und dort hat der ranghöchste republikanische gesetzgeber im streitkräfte ausschuss des repräsentantenhauses einen gesetzentwurf ganz aktuell eingebracht der den austritt der vereinigten staaten aus den vereinten nationen und der who vorsieht und als begründung sieht der menschenrechtsverletzungen in china als als grund dafür aber andreas das ist ja ein zeichen auch donald trump wollte sich trennen von der who und das ist ja ein konglomerat aus ngos die mittlerweile sehr erkennbar bevormundend weltweit eingreift wie wertest du dieses signal hier aus dem repräsentantenhaus der kampf geht weiter in die spitze in den zenit und wir werden sehen wie es sich entwickeln wird ich kann diese argumentation des republikaners absolut nachvollziehen ich wäre auch dafür dass alle staaten austreten aus der un und übrigens nicht aus aus der who auch aus der wto auch aus dem iwf auch aus der weltbank und all diese ganzen organisationen die eindeutig als netzwerk zusammenarbeiten und wie ich es vorhin erklärt habe anhand der arbeitsteiligen organisationen wenn man bestimmte ziele verfolgt da erkenne ich hier ganz klare tendenzen ich bin ganz klar für eine weltpolitik ich bin auch ganz klar für eine globalisierung zum beispiel im rahmen der humanität des umweltschutzes und so weiter ich bin aber eben nicht für diese maßnahmen die hier gemacht werden immer im sinne von ideologien und narrative um bestimmte macht strukturen aufrecht zu erhalten und noch weiter aufzubauen und daneben halt den umweltschutz zu ersetzen durch einen begriff wie klima erwärmung das reicht mir einfach nicht wir müssen offener sein und aus diesem grunde ist das der richtige weg und ich glaube es ist gar nicht die minderheit die gegen diese systeme sind es ist die mehrheit die minderheit hat nur aufgegeben und in dem moment wenn diese strukturen wie zum beispiel die republikaner genügend energie kriegen dann werden die sofort umkippen die anderen ich glaube nicht dass die kritiker plötzlich mainstreamer werden sondern ganz viele mainstreamer die am seidenen faden hängen und kurz davor stehen umzukippen in die richtung der kritiker und das ist auch der grund warum so viel druck ausgeübt wird von den von den politikern dass man das so schnell wie möglich irgendwie noch versuchen will zu retten wir haben ja gerade erlebt die whu wollte einen pandemie pakt durchsetzen und damit wollte sie sich an die spitze als zentrale der ganzen welt setzen für alle gesundheitsfragen auch für die erteilung von pandemien zu jederzeit beziehungsweise die entsprechenden maßnahmen die damit zusammenhängen lockdowns und impfpflicht und so weiter und da gibt es ja nun oder gab es doch eine ganze reihe von ländern wie indien china russland brasilien afrikanische staaten die denen in die suppe gespuckt haben und gesagt haben wir machen da nicht mit so das heißt man versucht jetzt auf anderen wege irgendwie an das ziel zu kommen möglicherweise ist diese allianz von der un weil die un ist ja die übergeordnete organisation der who der zusammenschluss mit dem wehf vielleicht ist das eine neue allianz um eben dann über welche umwege auch immer das ziel zu schaffen ja das könnte natürlich schon sein also was mir hier wichtig ist dabei ist dass diese argumentation jetzt ins rollen kommen könnte und wenn ich dann wieder zurückkomme auf herrn harari der argumentiert dass die menschen in der masse sich nicht dagegen mehr auf lehnen können weil sie entsprechend durch manipuliert wurden und wir das alles nicht mehr vergleichen können mit zeiten von vor 200 jahren da irrt er sich aus meiner sicht denn herr harari argumentiert selbst wie ein computer er argumentiert aus meiner sicht selbst tatsächlich seelen und geistlos und wenn einer seelen und geistlos argumentiert dann interpretiere ich da rein dass er gar nicht seelisch und geistig überhaupt noch denken kann und was eins wir festgestellt haben wenn die menschen in eine extreme drohkulisse kommen wo sie aktiv bedroht sind dass sie dann plötzlich irgendwann einen kipppunkt erreichen wo sie eine enorme energie entwickeln die man dann plötzlich mit wundern bezeichnet was es natürlich gar nicht sind es gibt menschen die unglaubliche kräfte entwickeln wenn jemand eingeklemmt ist und können gewichte heben und jemanden retten das ist man wo man sagt das kann gar nicht sein genau diese kräfte werden unterschätzt die kommen nämlich genau aus diesem geist tatsächlich aus dieser schöpfungskraft heraus und ganz plötzlich könnte sich das kippen und dann ist ein computer machtlos und wenn herr harari argumentiert auf der basis einer recheneinheit dann könnte er sich auch ganz schnell dann geirrt haben ich wollte noch ganz kurz anfügen was hier als begründung von seiten der des ranghöchsten republikanischen gesetzgebers in den usa gedient hat als grundlage für dieses veto da heißt es in der charta der vereinten nationen wird beschrieben die uno habe den auftrag den glauben an die grundlegenden menschenrechte an die würde und den wert der menschlichen person an die gleichberechtigung von männern und frauen und von großen und kleinen nationen zu bekräftigen so rogers gegenüber fox news also der mann der diesen antrag eingebracht hat wörtliche rede weiter es ist klar dass die vereinten nationen die ideale ihrer gründungs urkunde aufgegeben haben und deshalb habe ich neben vielen anderen gründen erneut ein gesetz zum austritt der vereinigten staaten aus den vereinten nationen eingebracht er möchte die usa auch aus der weho ausschließen da wie er sagt die organisation die öffentliche gesundheit über die kommunistische partei chinas gestellt habe indem sie geholfen habe die herkunft von kobe 19 zu vertuschen das war auch die argumentation von donald trump damals und wie wir neulich berichtet haben gibt es ja auch in russland und in anderen ländern überlegungen aus der weho auszutreten andreas wenn das passieren würde wenn jetzt starke länder dieser welt sagen wir machen da nicht mehr mit dann könnte ja das was du hier gerade gesagt hast dass es irgendwann zum kippen kommt schneller zur realität werden als man denkt ja ich habe sogar das gefühl dass es unmittelbar vor uns steht das ist ja auch der grund warum wir uns hier in kürze mit unserem großen kongress melden wollen den wir bringen wollen da geht es nämlich um das thema gesund durchs chaos weil dieses chaos jetzt tatsächlich einen zenit erreicht und jetzt geht es auch um das durchkommen durch das chaos denn es gibt einen danach und aus diesem grunde haben wir uns genau für diesen titel nämlich interessiert und den haben wir genommen um damit die situation optimal zu beschreiben wir glauben wir stehen ziemlich stark vor diesen großen umbrüchen die menschen erkennen dass es eben halt etwas anders ist als uns die ganzen behörden und strukturen erklärt haben die jahre und wenn ich höre dass es heißt dass die un die aufgabe hatte die menschenrechte zu schützen und diese ganzen tollen sachen die man sagt ich bezweifle dass sie es je hatten denn es gibt eine geschichte und wenn man die über hunderte jahre verfolgt dann kommt man zu ganz anderen ergebnissen und als die un gegründet wurde nach dem zweiten weltkrieg ich glaube das war 1949 da kamen dann plötzlich diese großen menschenrechte raus die einer religion gleich mehr oder weniger über die welt gestülpt wurde und wenn man das heute analysiert stellt man fest dort war schon implementiert ein macht instrument mit denen man genau diese ngo konstruktionen aufbauen wollte wie heute die pläne sind wesentlich länger über viele generationen angelegt in meinem weltbild nach meiner meinung als die meisten menschen sich vorstellen können du hast den kongress gerade erwähnt ja der wird tatsächlich viele fragen jetzt schon wann wird der stattfinden das werden wir wirklich in kürze bekannt geben auch die vielen namen der unglaublich beeindruckenden referenten ich bin so glücklich dass wir es schaffen konnten dass sie mitmachen und dieser kongress heißt deswegen auch gesund durchs chaos weil wir wollen dort nicht probleme analysieren das machen wir hier schon die ganze zeit und ich denke mal viele sind auch müde und zwar in allen möglichen bereichen gesundheitlich geistig entgiftungen aber auch die verbindung zur natur und es ist wirklich also auch gespickt mit gedanken und experten meinungen über das thema wer bin ich wohin gehe ich was bedeutet eine geburt im zusammenhang mit meinem schicksal was bedeutet es hinüber zu gehen also es ist sehr ganzheitlich gehalten durchaus ist die schulmedizin dabei und viele andere interessante impulse ich freue mich riesig drauf ja vor allem auch dass dieser great reset wie er vom wef da kolportiert wird durchaus sein kann aber ganz anders ein great reset den erwarten wir nämlich auch und wir glauben es gibt auch wirkliche hochinteressante lösungsansätze diesen ganzen irrsinn diese gesamten verfehlungen bis hin zu den manipulationen der zellen und der genetik hier wieder einen weg raus zu finden und das ganze wieder zu resetten und das ist das was mit der großen ich will es gar nicht mal hoffnung nennen sondern mit der großen vision verbunden ist die wir hier sehen und daran arbeiten wir und in kürze gibt es dann mehr darüber ja also wirklich jetzt dann auch bald in wenigen tagen ich weiß dass wir das schon eine weile versprechen aber es gab noch ein paar änderungs kam noch einige referenten hinzu so dass es richtig schön vollumfänglich alles abgedeckt wird was euch interessieren dürfte ja andreas nach zweieinhalb jahren lockdown maßnahmen test masken diskussionen impflicht aber geschäftsschließungen schulschließungen die die ganze welt mehr oder weniger verändert haben und es viele mahnende stimmen hier gegeben hat von unserer seite von vielen medizinischen experten die dann relativ gebrannt markt und wie die sau durchs dorf gejagt wurden von unseren hochbezahlten mainstream medien nach all dieser zeit fängt jetzt doch das zdf mal langsam an diese holzhammer lockdown maßnahmen zu untersuchen und zu fragen war das überhaupt sinnvoll und man übt kritik zweieinhalb jahre später nachdem das ja das land ja schon in schutz und asche gelegt wurde und bevor ich hier ganz kurz in einzelne aussagen reingehe möchte ich noch eins erwähnen andreas wir haben vor zwei jahren ungefähr einen beitrag durchleuchtet der aus dem innenministerium bundesinnenministerium gekommen war und zwar von einem hochrangigen mitarbeiter von damals horst seehofer und dieser mitarbeiter hieß oder heißt immer noch stefan kohn und der hat ein 200 seiten papier mit experten gemeinsam erarbeitet welche fatalen folgen diese lockdown maßnahmen für gesundheit der menschen für den wirtschaftsstandort deutschland für die industrie fürs gesundheitssystem haben würde und dieser mann ist rausgeschmissen worden ist denunziert diffamiert worden in den medien der kann heute so gut wie keinen fuß auf die erde setzen wenn er nach draußen geht weil er gebrannt markt wurde und jetzt zweieinhalb jahre später fängt das hochbezahlte zdf an mit einer analyse ja und ich muss ganz ehrlich sagen also es treibt mir wirklich die wut ins gesicht wenn ich sehe mit einer schäbigen charakterlosigkeit wird jetzt hier plötzlich eine heil ein headline gezogen nach dem motto was haben sie da gemacht mit diesen dramatischen holzhammer methoden der der corona maßnahmen das sind quasi die original begriffe die in der alternativen welt auch sehr oft genutzt wurden die wurden von demselben leuten des zdf als schwurbler bezeichnet und diese doppelzünglichkeit dies kein bisschen eigenreflektieren oder in irgendeiner form einer eigenkritik das ist so wirklich furchtbar und vor allem so eigendiffamierend also wer ein bisschen mitdenkt der kann sich wirklich nur noch den finger in den hals stecken entschuldige ich kriege mich gleich wieder ein und sagt also nach dem motto das kann doch wohl nicht wahr sein aber das aller perfideste an der geschichte ist dass die menschen verpflichtet werden solche zweifelhaften sender wirklich zweifelhaft die mangelhaft und dramatisch diffamierend und einfach schäbig arbeiten zwangsweise finanziert werden müssen durch die bürger die eigentlich dieses ding niemals sehen sollten dann haben sie einfach einen wesentlich besseren informationsstand also ich muss ganz ehrlich sagen es ist einfach einfach nur noch schlimm es gibt ja hier nur zwei mögliche fragen die beantwortet werden müssten entweder fehlt es diesen medienorganen an intelligenz dass sie das vorher nicht erkannt haben und man fragt sich in dem zusammenhang warum denn sonst erscheinen die beiträge jetzt erst die zweite frage ist ist es vorsatz gewesen durften sie nicht darüber berichten ja ist natürlich wieder eine verschwörerische frage aber ich kann mich erinnern vor zwei jahren als stefan kuhn das veröffentlicht hatte und wir haben hier sonder podcast zu dem thema gemacht da hieß es tatsächlich das sind verschwörungstheorien und das sei unverantwortlich und das sei panikmache ich meine das in ministerium hat panik gemacht mit ihrem worst case papier haben wir auch schon oft drüber gesprochen aber das waren hier ganz sinnvolle anregungen um innezuhalten um dem ganzen einhalt zu gebieten andreas also eine frage sind sie nicht intelligent genug dass sie es jetzt erst erkennen oder war es vorsatz also für mich ist erstmal entscheidend das ergebnis ist jetzt wichtig ohne es analysieren zu können ob sie als söldner gearbeitet haben dann sind sie genauso zu verurteilen als ob sie einfach nur charakterlos sind weil sie einfach nur ihre geld arbeiter einstreichen wollen ohne eine entsprechende leistung zu erbringen oder ob sie es gemacht haben aus reiner dummheit all diese drei faktoren die in frage kommen bei diesem thema sprechen dafür dass gebühren für solche sender einfach absurd sind und dringend in die diskussion gehören und abgeschafft werden müssen das ist der entscheidende punkt aber was es wirklich war vielleicht auch eine kombination aus allen dreien dingen so also und man hat sogar in diesem in dieser zdf sendung berlin direkt alice weidel von der afd zu wort kommen lassen die das ganze schon seit zwei jahren bemängelt und die schon von einem skandal jetzt auch im zdf sprechen durfte sie sagt also es geht ja auch darum dass es keine belastbaren zahlen von seiten der behörden gibt auch von seiten der gesund sogenannten gesundheitsbehörden von herrn drossens charité und vom rki und so weiter und alice weidel darf also sagen sie brauchen doch zahlen daten fakten um solche maßnahmen also diese lockdown maßnahmen in irgendeiner art und weise überhaupt zu rechtfertigen dann kommt amira mohammed ali von den linken zu wort und sie sagt zum beispiel wie das jetzt drei jahren lang gelaufen ist das einfach mit dem holzhammer maßnahmen verhängt worden sind alles zu alles auf oder ich sag mal auch nach der frage welche stärkste lobby sich da politisch durchsetzen kann und es gibt viele beispiele aus diesen aus dieser sendung wo tatsächlich ganz kluge gedanken geäußert werden dürfen und durften und das in einer doch beachteten sendung wie berlin direkt naja man muss sehen welche agenda könnte hier verfolgt sein wir sehen also dass eine regierung momentan in die regierungs unfähigkeit getrieben wird und das ist ja die situation die schon seit längerem im raum steht dass deutschland regierungs unfähig sein wird also quasi unregiert was würde dann kommen vermutlich eine militär runter die vorübergehend dann mehr oder weniger für sorge für sicherheit zu sorgen hat und wenn wir sehen dass gerade jetzt vor kurzem der generalmajor breuer der ja bekannt ist für das bundesministerium des innern speziell eingesetzt wurde für den heimatschutz natürlich unter dem deckmantel dann die entsprechenden maßnahmen bei neuen pandemien und so weiter die man haben will oder bei sonstigen schutzmaßnahmen oder bei überflutungskatastrophen das wurde dann auch gern genannt wobei wir nun wirklich deutlich gesehen haben wie wenig sich die regierung für die opfer der flutkatastrophen wirklich interessiert aber wenn dann solche maßnahmen die der überwachung der menschen der kontrolle der menschen im eigenen lande dient dann werden natürlich gern solche parameter dann an den an die wand gemalt und gesagt okay deshalb brauchen wir das und ich sehe hier genau nämlich diesen punkt es wird jetzt so ganz langsam alles offen die schäden sind irreversibel der mittelstand ist zusammengebrochen die industrialisierung ist auf dem scheiterhaufen gelandet wir haben eine deindustrialisierung die regierenden sind keine regierung mehr sondern verwalter dieses scheiterhaufens und jetzt entsteht genau das was sie wollen nämlich die unregierbarkeit um dann mehr oder weniger den nächsten schritt einzuleiten und genau darum geht es das erst mal zu verstehen um dann auch dagegen anzugehen deshalb wiederum reden wir auch in unserem kongress darüber dass wir uns um die lösung auseinandersetzen das sind nämlich genau die dinge die dem entgegenstehen ja es ist die zeit jetzt der lösungen es ist auch die zeit tatsächlich neben all diesen nachrichten für optimismus weil jeder der ein bisschen intensiver über all die dinge nachdenkt und sich selber genau beobachtet welche rolle spiele ich in diesem weltbetrieb hier der kommt zu dem schluss dass die große zeit der änderung da ist und zwar auf der eigenen inneren veränderung in richtung gesundheit geistig wie körperlich und auch wenn immer wieder heftige meldungen veröffentlicht werden und wir auch diese meldungen hier besprechen müssen so ist es doch wichtig dass man wachsam ist dass man nicht in panik fällt und auch nicht in angstszenarien wir reden ja immer wieder im abend gebet darüber wie stabilisiere ich mich innerlich am besten wie trainiere ich das wie stärke ich mich für die herausforderungen die jetzt vor der tür stehen und ja die nächste meldung ist natürlich auch nicht gerade dazu geeignet dass man beruhigt in die zukunft schaut aber obacht geben denn man kann natürlich sich auch vorbereiten in vielerlei hinsicht also russland drosselt jetzt die gas lieferungen über die ostsee pipeline nordstream 1 nach deutschland um gut 40 prozent also fast die hälfte wie es öffentlich heißt können nur noch eine durchleitung von 100 millionen kubikmetern gas am tag anstelle der üblichen 167 millionen kubikmetern sichergestellt werden das hat der energiekonzern gasprom gestern mitgeteilt hintergrund heißt es seien fehlende teile die vom deutschen konzern siemens hätten geliefert werden sollen und diese reduzierung der gas lieferungen betrifft vor allem und in erster linie germany in den vergangenen wochen hatte wladimir putin der russische präsident die gas lieferungen ja schon in etlichen ländern eingestellt darunter auch die niederlande und bulgarien und mit dieser maßnahme andreas übrigens eine meldung von der berliner zeitung mit dieser maßnahme kann er sich ja praktisch rauswinden und sagen ja wenn die siemens leute nicht die ersatzteile haben die wir brauchen dann ist es uns nicht möglich es sieht ja wirklich aus wie ein manöver ja das kann man wohl so irgendwo rein interpretieren man weiß natürlich nicht was wirklich daran war ist und was nicht war ist und es sind ja immer die gegenseitigen unterstellungen dass der andere lügt und nur propaganda macht aber unterm strich gesehen können wir es ganz runterbrechen es gibt sanktionen gegen gas aus russland so und das führt dazu dass eben halt kein gas mehr kommt beziehungsweise weniger kommt so einfach ist die ganze geschichte und wenn dann anhand von symptomen hier diskutiert wird dass man sagt wie kann es dann sein dass russland das gas jetzt reduziert das ist ja eine das ist ja eine wirkliche wenn es immer so eine bereitschaft sich aufzuregen dann ist empörungsbereitschaft mehr viel das wort diese empörungsbereitschaft das ist der begriff nach dem motto das darf doch wohl nicht wahr sein dass sie uns jetzt das gas nicht mehr liefern in voller höhe aber die gesamten blätter gleichzeitig ein paar seiten vorher geschrieben haben dass man unbedingt das gas von denen nicht mehr haben will diese doppelmoral die da mitschwingt die sollte man sich immer wieder vor augen fühlen wenn man solche berichte liest man sieht ja über diese meldung gar nicht so viel hier in den mainstream medien ich weiß gar nicht warum und es ist natürlich auch jetzt schon dann eine reaktion auf der öffentlichen bühne zu hören und zwar von dem parlamentarischen staatssekretär im wirtschaftsministerium bei deinem lieblingsminister andreas robert habeck dieser mann heißt michael kellner ist natürlich von den grünen ich glaube da sitzen in nur grüne und der hatte nämlich ein interview heute rtl und ntv gegeben und er sagt die gas speicher in deutschland seien aktuell zu über 50 prozent gefüllt das sei gut aber längst nicht ausreichend für den nächsten winter also die gasvorräte reichen nicht und ja wir werden jetzt mal sehen wie lange es dauert bis sich die in reparatur befindlichen teile wieder bis die wieder hergestellt wurden und ja andreas die mehrheit der betriebe auch das ist schon klar geworden das meldet nämlich epoch times die mehrheit der betriebe in deutschland kann erdgas gar nicht kurzfristig ersetzen das hat eine umfrage des instituts für arbeitsmarkt und berufsforschung ergeben und 14 prozent von etwa 2000 betrieben berichten von einem rückgang der produktion als folge des ukraine kriegs und die risiken eines gas embargoes für die deutsche wirtschaft wären nach einschätzung dieser studie sehr hoch die meisten betriebe 58 prozent also fast zwei drittel könnten das benötigte erdgas kurzfristig nicht ersetzen ja und das spannende dabei ist dass diese berichterstattung wirklich auch durch die mainstream gazetten durchgeht und hier quasi die bevölkerung schon auf einen wirklichen besonderen status nämlich auf einen perfekten sturm vorbereitet werden und der heißt dann plötzlich kein gas mehr die nahrungsmittel gehen runter wasser könnte problem sein blackout und so weiter finden wir auch ständig in den themen hier findet eine vorbereitung im prinzip der menschen statt um sie mehr oder weniger so in die abhängigkeit zu bringen durch den perfekten sturm dass sie dann irgendwann winseln vor der regierung liegen sollen und sagt helft uns raus und dann versucht man sie in die hand zu bekommen und sagt jetzt haben wir sie in diesem schwitzkasten wo wir sie eigentlich haben wollen die bevölkerung das ist aus meiner sicht das ziel so ist meine meinung meine sichtweise und meine verschwörungstheorie um gleich die begriffe mit einzubauen und jetzt werden wir nur sehen ob sie sich dann nicht fürchterlich in den finger geschnitten haben weil viele menschen oder einige menschen sich doch eher vorbereitet haben wir reden ja oft über die vorbereitung genau nämlich wegen dieser krise und das eine der ganz wesentlichen elementaren dinge denn wenn man in dieser krisensituation wie sie hier beschrieben wird im winter zum beispiel noch weiter aktiv auch am politischen geschehen mitwirken will wie es viele ja auch tun nämlich der alternativen szene dann ist es wichtig dass man zumindest für sich so weit vorgesorgt hat dass man halbwegs durchkommt ja und in der sekunde wo du hier gerade sprichst andreas kam eine meldung rein die hat einer der administratoren eingestellt bei uns russlands gazprom setzt einen zweiten verdichter der nordstream pipeline aus und reduziert damit die erdgas flüsse nach deutschland um 60 prozent ja die werden immer mehr unter druck gesetzt also die russen machen das relativ geschickt ich finde das natürlich nicht gut weil es geht um die menschen dabei aber um es auch noch mal auf den punkt zu bringen die nordstream 2 liegt offen transport fähig direkt neben nordstream 1 man bräuchte sie nur anschalten alle probleme wären gelöst in anbetracht der tatsache dass wir wissen dass in nato kreisen in ukrainischen politiker kreisen zum beispiel sowieso gerade eine art kapitulation der ukraine diskutiert wird dann muss man doch irgendwann auch mal sagen kinder sind lasst uns doch dies ganze beschleunigen sie an den beschleunigen an den verhandlungstisch zwingen dass wir endlich wieder anfangen können uns um die menschen zu kümmern es geht um die menschen es geht um körperwärme und wer erfriert ich meine wir spielen hier mit menschenleben auch dabei ja und es gibt ja warme empfehlungen von herrn habeck aus seinem ministerium aus seinem superministerium wirtschaft und klima und der hat ja schon angekündigt also schwimmbäder temperatur runter drehen ich hatte einen beitrag gesehen über baby schwimmen eine mutter hatte sich beschwert dass die dass die wassertemperatur beim baby schwimmen so weit runtergesetzt wird dass babys nicht mehr schwimmen können da weil es zu kalt ist und ihr wisst inzwischen wir sollen alle jetzt wenn herr habeck es so will dann eben weniger heizen im winter und im sommer vielleicht den kühlschrank erstmal abtauen damit nicht so viel strom also das sind so diese berühmten tröpflein auf den heißen stein er orientiert sich vielleicht an japan denn dort müssen die einwohner auch strom sparen da heißt es um blackouts zu verhindern also das kann man natürlich so auch auslegen dass wenn dann ein blackout kommt dass man sagt ihr lieben habt ja nicht genügend gespart und japan zum beispiel appelliert an bürger und unternehmen auf der ganzen linie strom zu sparen das land ist im sommer jetzt mit einem engpass bei der energieversorgung ebenso wie deutschland ja jetzt wie wir gerade gehört haben sowie eskalierenden kosten für brennstoff importe konfrontiert außerdem ist der yen stark gefallen und die regierung von premier minister kishida rief jetzt ein nationales treffen ein um die aussichten für die stromversorgung zu erörtern also wir sehen auch dass das thema stromversorgung weltweit jetzt auf der agenda steht und die regierung bereitet sich auf eine knappe versorgung in den kommenden monaten und im winter vor und das berichtet das handelsministerium da heißt es die stromversorgung in diesem sommer und im kommenden winter wird sehr schwierig sein wir möchten haushalte und unternehmen bitten alles in ihrer macht stehende zu tun wie etwa das licht in ungenützten räumen und fluren auszuschalten und die temperatur des kühlschranks herunter zu drehen und in tokio fordert man die bewohner auf ebenfalls den stromverbrauch zu senken bürger sollen beispielsweise eine stunde weniger fernsehen oder die heizfunktionen der toilettensitze ausschalten ja es ist heizfunktion der toilettensitze das kenne ich gar nicht aber wahrscheinlich gibt es das also wir können uns sowas nicht leisten wir haben einen kalten klodeckel also auf jeden fall ist es so ich wundere mich einfach nur darüber über diese art und weise wie man strom sparen will dass beim babyschwimmen das muss man sich wirklich mal vorstellen die kleinsten der kleinen im prinzip dort zu kalt ist haben um dann noch schwimmbewegungen durchführen zu können aber auf der anderen seite die elektroindustrie zum beispiel der fahrzeuge forciert wird also das heißt jeder der ein elektroauto bekauft im moment in anbetracht dieser dramatischen anlage die wir haben der bekommt sogar noch vom staat sonderzuschüsse um ein solches ding zu kaufen und elon musk beispielsweise dort im raum berlin in schwarzheide oder wo das ist glaube ich dort wo dann dieses große werk jetzt beispielsweise steht wo gleichzeitig auch noch wasserknappheit in deutschland herrscht wo jetzt trotz alledem die wasser der enorme wasserverbrauch der bei der produktion von diesen elektroautos eben halt eine rolle spielt noch mal aufgestockt wird obwohl die gesamte region jetzt schon unter wasserknappheit leidet diese doppelmoral die ist für mich fast nicht nachvollziehbar zu vollziehen und dann spricht man vom klimawandel und sagt ja aber die elektrofahrzeuge haben keine schadstoffemissionen worüber man auch diskutieren könnte und wir wissen zum beispiel dass jetzt auch herr habeck ja gesagt hat er will die kohlekraftwerke wieder instand setzen um dann eventuell diese notfallversorgung mit strom noch irgendwie zu gewährleisten was natürlich eine ungleich größere sogenannte co2 emissionen verursacht wenn man daran glaubt dass das für den menschengemachten klimawandel angeblicher sein soll also das heißt wir bewegen uns in einem solchen irrsinn und chaos und da muss der normale bürger ja auch irgendwann mehr oder weniger einbrechen weil er sagt ich komme einfach nicht mehr mit das ende vom lied ist ich höre keine nachrichten mehr es interessiert mich nicht mehr ich gebe einfach auf lasse mich führen und gucke mal was kommt ja das kann man ja auch machen also mainstream nachrichten gucken wir oder lesen wir nur deswegen um zu sehen was machen die was verzerrten sie gerade wieder um vielleicht auch dann auf die themen einzugehen aber ich möchte jetzt hier auch nicht überheblich klingen aber es ist tatsächlich so es gibt auch neue umfragen dass die menschen müde sind all dieser nachrichten dennoch ist es wichtig weiterhin zu beobachten was macht die andere seite was hat das dunkel vor damit wir sowohl geistig als eben auch irdisch uns so gut wie möglich vorbereiten und das thema wasser andreas das wird nun auch langsam eins nicht nur in kalifornien sondern auch in frankreich und in deutschland ja auch schon du hast es gerade genannt schwarzheide wo elon musk wütet dort wird der grundwasserspiegel abgesenkt weil er produziert diese wunderbaren energiesparenden tesla autos und in frankreich rufen jetzt die wasserversorger die bürger zum wassersparen auf um nicht in eine schwierige lage zu kommen in einem drittel frankreichs gelten bereits beschränkungen und man erwartet in den kommenden tagen temperaturen bis zu 40 grad also eine vorzeitige hitzewelle früher hat man das tatsächlich sommer genannt und also man geht jetzt davon aus dass die wasserbetriebe die wasserbetriebe müssen sich modernisieren etwa durch besseres aufspüren von lecks in leitungen und nötig seien auch natürliche lösungen heißt es beispielsweise der bessere schutz von feuchtgebieten und der kampf gegen die bodenversiegelung da fallen mir gerade die windräder ein beim thema bodenversiegelung und es sollen auch technische lösungen erwogen werden wie das auffüllen der grundwasserreservoirs und die zweitnutzung von gering verschmutzten wasser und es gibt 101 departements in frankreich in einem guten drittel herrschen wie gesagt bereits beschränkungen und je nach warnstufe wird jetzt auch das bewässern von gärten und feldern rationiert autos dürfen nicht mehr gewaschen werden private pools dürfen nicht mehr gefüllt werden und der energiekonzern edf das ist der staatliche kündigte unterdessen an das atomkraftwerk st alban an der rhone wegen des niedrigen wasserstandes im fluss abermals zu drosseln dort ward bereits anfang juni die produktion von 1300 megawatt zeitweise auf 260 megawatt abgesenkt worden andreas das sind ja alles nachrichten vor zwei wochen haben wir darüber gesprochen dass von den 56 atomkraftwerken in frankreich ich glaube nur noch 17 derzeit in betrieb sind was eben auch die stromversorgung dort stark gefährdet aber zum thema wasser noch mal alles hängt ja auch ursächlich ursächlich miteinander zusammen was die wasservorbereitung angeht da ist es auch wichtig dass jeder der kann zu hause vorsorgt ja das ist auf jeden fall wichtig gerade was wirklich die eigenversorgung des menschen anbelangt wir bestehen nun einmal zu 70 prozent glaube ich auch so hast aus wasser ungefähr und der körper aus 100 billionen zellen so viele zellen haben wir in unserem körper und die müssen permanent mit wasser versorgt werden und aus diesem grunde ist es auch wichtig dass wir permanent trinken auch genügend luftfeuchtigkeit in der luft haben das sind ganz wichtige faktoren darüber werden wir übrigens auch sprechen in unserem kongress über die luftfeuchtigkeit ist nämlich ein ganz großes geheimnis die da drin steckt und ja aus diesem grunde ist es wichtig wenn kein wasser mehr aus den hähnen kommt dass dann die menschen natürlich vor einem ernsten problem stehen also ohne luft kann man am kürzesten nur noch leben ohne wasser am zweitkürzesten ohne essen geht es noch eine ganze zeit lang aber trotzdem wird es dann auch irgendwann eng aber aus diesem grunde ist es wichtig dass man entsprechend wasservorräte sich entsprechend anlegt und natürlich auch einen wasserfilter hat mit dem man sich notfalls wasser machen kann aus einem fluss aus einer pfütze da wird das sauber durchgezogen und dort wird das ganze dann entsprechend dann trinkbar und trinkwasser gemacht also das ist ein ganz wichtiger punkt es gibt auch als wasseraufbereitung nicht nur diese feststehenden kanister oder sonst irgendetwas oder gläser oder flaschen die ja relativ viel raum einnehmen sondern es gibt auch so faltkanister darauf weisen wir immer wieder hin die sind also relativ klein denn in dem moment wenn ein stromausfall ist läuft das wasser aus den entsprechenden wasserwerken noch eine gewisse zeit lang nach die haben notstromaggregate aber es ist auch noch ein bisschen druck drauf und so kann man sich diese entsprechenden behältnisse dann voll machen die nehmen erst dann den großen raum weg den platz weg wenn man sie gefüllt hat und so lange kann man sie dann eben halt gefaltet noch in irgendeiner ecke aber eben griffbereit liegen haben ich möchte mal ganz kurz noch ein paar meldungen bevor wir hier noch mal ins inland kommen andreas aus dem ausland vorlesen was die energieversorgung angeht wir haben über japan gesprochen über deutschland in der über frankreich in der letzten woche auch über die usa und über großbritannien wie sehr das thema energie jetzt in den vordergrund gerückt wird und natürlich die preiserhöhungen und zum beispiel kommt die meldung aus dem ölland libyen dass alle ölfelder dort stillgelegt worden seien hier heißt es in einer meldung von oilprice.com das ist also ein portal für diese themen libyen verliert 1,1 millionen bpd also barrel per day oder pro tag da fast alle ölfelder stillgelegt wurden das hat der libysche ölminister mohammed aoun gesagt und fügte hinzu dass tatsächlich so gut wie alle ölfelder derzeit nicht arbeiten hier wird genannt das größte libysche ölfeld el sahara wurde zusammen mit el fel im vergangenen monat stillgelegt dem berichten zufolge waren es gruppen die mit dem östlichen parlament verbunden sind die die ölproduktion unterbrachen darunter die libysche nationale armee von halifa kaftar also es handelt sich um einen politischen machtkampf hier heißt es dass die anweisung zur stillegung von einer offiziellen stelle erteilt worden sei der petroleum facilities guard und in libyen kommt es wie es heißt zu einem erneuten aufflammen der gewalt da zwei politiker um das amt des ministerpräsidenten konkurrieren und der eine ist schon gewählt angeblich der andere will nicht zurücktreten und damit gibt es kein öl mehr aus libyen ja und da muss man natürlich versuchen sich mal wieder historisch die situation vor augen zu führen denn wir hatten ja einen militärischen überfall der usa in libyen ohne un mandat ohne un sicherheitsrat das war ganz wichtig vor wenigen jahren als man gadafi mehr oder weniger rausgebombt hat und hat dieses land übernommen hat es zersplittet und hat es mehr oder weniger ins völlige chaos und in die ja dieses völlig völlig lose im prinzip also es ist wirklich eine ziemlich dramatische situation dort ging es nämlich vorher relativ gut und es ist bedeutungslos geworden dieses land und es ist natürlich auszuschließen ist ganz klar dass da eine irgendeiner form westliche mächte noch ihre finger im spiel haben könnten die da die entsprechenden gruppen gegeneinander aufhetzen das können wir natürlich ausschließen ganz klar also bleiben wir mal lieber so und man muss wissen was das für ein gigantischer schaden ist nicht nur dass das öl nicht produziert und verkauft wird sondern wenn die ölquellen nicht permanent produzieren dann werden sie mehr oder weniger fallen sie trocken oder man spricht vom einfrieren dieser ölquellen und das bedeutet ein gigantischer finanzieller aufwand diese ölquellen wenn sie über eine gewisse zeit stillgelegt wurden wieder in gang zu setzen das sind zwei große volkswirtschaftliche schäden die dadurch eintreten gleichzeitig passt es natürlich ins gesamtbild der ölversorgung der westlichen welt bis hin nach europa denn die diskussion dass libyen beispielsweise öl und gas nach europa transportieren könnte die sind ja auch noch im raum passt also insgesamt ins bild politisch ja und spanien beispielsweise bekommt aus algerien gas und auch hier droht jetzt ein abbruch der handelsbeziehungen das hat eine meldung uns mitgeteilt von heise.de und genauer gesagt ist es so dass hier wird es begründet damit dass der schwenk der spanischen sozialdemokraten in der west sahara frage dramatische auswirkungen haben soll die spaniens regierungspartei auf dem falschen fuß erwischt haben so ist außenminister albares nicht zum amerikagipfel nach los angeles gereist sondern er jettete am freitag eilig nach brüssel um dort um hilfe zu bitten und und es heißt also es wird wie schon in der frage der lieferung von leopard zwei kampfpanzern an die ukraine wieder freihändig jongliert nachdem algerien den vor fast 20 jahren geschlossenen vertrag über freundschaft gute nachbarschaft und zusammenarbeit mit spanien mit sofortiger wirkung ausgesetzt hat und die gas lieferungen scheinen jetzt auch betroffen zu sein der algerische präsident tebun hat durchblicken lassen dass jetzt weitere schritte folgen werden die die gasversorgung betreffen sollen andreas auch das ist natürlich für die eu ein schwerer schlag ja und es ist letztendlich wieder die ähnliche ursache in libyen sind ja im prinzip militärische eingriffe geflogen worden aber in den nachbarländern wir wissen in alger von algerien wir wissen von tunis noch wir wissen auch von ägypten beispielsweise da gab es den arabischen frühling und da gibt es ernst zunehmende denker die gesagt haben da könnten auch us amerikanische geheimdienste oder irgendwelche pentagon mitarbeiter hinter stecken die das ganze eben nach demselben methoden mit durchgearbeitet haben victoria newland ist ein name der da wie immer fällt wenn solche entsprechenden aufstände sind wie die orange revolution beispielsweise in der ukraine das heißt das aufspalten der menschen das ist ja die heutige form der kriegsführung und diese kriegsführung der spaltung der menschen die führt natürlich dann dazu dass wir auch hier wieder das politische problem haben dass gruppen in algerien gegen andere politische gruppen vorgehen und dabei das land mehr oder weniger in große schwierigkeiten kommen und die menschen das nachsehen haben und insgesamt passt das ganze dann wieder in dieses ölkonzept also das gleiche spiel im prinzip energie thema auch in australien dort wird die gesamte ostküste von stromausfällen bedroht und die menschen zu hause werden vorbereitet darauf also das heißt die stromversorgungsunternehmen die wurden aufgefordert von der regierung die stromversorgung zu verstärken die haushalte wurden gebeten ihren stromverbrauch zu reduzieren und der vorstandsvorsitzende von powerlink mr simshauser hat die einwohner von queensland aufgefordert ihren stromverbrauch ab montag 17 uhr und am dienstagmorgen einzuschränken und während in anderen staaten in also provinzen oder regionen ab dienstag dann ganz konkret also es war gestern mit stromausfällen zu rechnen sei dort ist es dann auch vereinzelt zu stromausfällen gekommen andreas die haushalte wurden aufgefordert die anzahl der beheizten räume zu überdenken computer auszuschalten andere haushaltsgeräte gar nicht einzusetzen die pool pumpen abzuschalten und die unternehmen wurden aufgefordert ihre innen und außen beleuchtung zu überdenken wasserheizungen abzuschalten und der australische energiemarktbetreiber aemo hat davor gewarnt dass die stromnachfrage in queensland während der spitzenlastzeit über nacht das angebot weit übersteigen könnte das sind jetzt die neuen narrative das heißt das wird weltweit einfach jetzt eingeführt schuld ist der klimawandel schuld ist die klima erwärmung und das heißt die menschen werden wirklich in ein neues zeitalter hinein gebracht ja so ist das im moment und ich muss dazu sagen ich kenne diesen artikel jetzt nicht und würde gerne mal wissen aus welchem grunde sie das fordern was ist denn die eigentliche grundlage der offiziellen argumentation warum man das soll das habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht richtig verstanden was man denn argumentiert ob es stimmt oder nicht ist also die andere sache aber sie müssen ja irgendwas als vorwand bringen ja sie verweisen auf eine ungewöhnliche kombination aus unerwarteten generator ausfällen aus kühlen wintertemperaturen da ist ja im moment winter und aus einer hohen stromnachfrage das ist die begründung gut das hat also mit dem klima narrativ denn wenig zu tun denn die klima erwärmung ist ja hier mehr oder weniger das problem der klima abkühlung jetzt im moment dort im winter wie sie gerade schreiben ich also ich kann mir das ehrlich gesagt nicht richtig erklären aber ich habe das gefühl man will auch gar nicht mehr wirklich erklären sondern man macht einfach nur etwas man hat die gesamten stromtransporte die trassen mehr oder weniger erosiert erodieren lassen die sind meistens auch nicht auf dem laufenden und man arbeitet offenbar schon seit jahrzehnten darauf hin das sieht man dass zum beispiel die instandhaltung der ganzen infrastruktur der stromversorgung mehr oder weniger verkommen lassen wird man arbeitet offenbar schon seit langem darauf hin dass man irgendwann die industrialisieren will und dann kommen diese dinge zustande das werden ja spannende neue zeiten wie stellst du dir das denn vor wenn deindustrialisiert worden ist wenn gar nichts mehr funktioniert wie wird die welt dann aussehen oder kommt es dazu nicht also ich glaube es wird eine übergangsphase geben und es wird für unterschiedliche menschen unterschiedlich laufen erst einmal sind diejenigen die sich vorbereitet haben geistesgegenwärtig agieren und sagen ich stecke nicht den kopf in den sand und warte bis ich in den hintern getreten werde sondern ich werde aktiv bleibe geistesgegenwärtig und mache meine konkrete planung ob das die stromversorgung die wasserversorgung nahrungsmittel und so weiter ist das sind die ganz simplen dinge das zweite und das was eigentlich noch viel wichtiger ist ist natürlich das vertrauen in die gesetze der natur wir nennen es die das gott vertrauen und wenn man dort wirklich in diesem vertrauen der natur gesetze ist und sieht das licht am horizont und sagt ich gehe dort weiter darauf zu weil ich will stabil durch den wandel kommen und nicht instabil durch die krise oder labil durch die krise sondern stabil durch den wandel das ist wichtig dann glaube ich wird es schon mal gut sein und dann kommt natürlich jetzt wieder ganz konkret die frage um sie zu beantworten diejenigen die in der stadt ganz dicht wohnen die sind natürlich mehr gefordert als die etwas weiter draußen auf dem land leben es wird wahrscheinlich eine landflucht dann einsetzen und dann kann man nur hoffen dass viele menschen sich gegen ein gegenseitig helfen und in diesen krisenzeiten glaube ich wenn man wirklich merkt der hintern hängt in der schlinge ich glaube ich muss was tun ich glaube dann kommt nicht nur die totale verteidigung sondern es kommt eine neue situation der hilfe ist im moment noch nicht typisch also wenn man sich mit den jugoslawien kriegen auseinandersetzt da ging es wirklich um die verteidigung seiner eigenen fründe mit der waffe bis zum erbrechen im prinzip bis zum töten ich glaube diese zeiten werden bald anders sein andreas du hast ja einige leute an deiner seite die dich regelmäßig mit informationen befüttern was so geplant wird in berlin was man sich ausdenkt wie die entwicklungen in der nächsten zeit aussehen vieles davon was du schon seit über zweieinhalb jahren hier zum besten oder schlechten gibt es hat sich inzwischen verwirklicht zum beispiel die auslistung von lebensmitteln in den discountern aber auch die empty gas these wir sind gerade heute dem einen ganzen schritt näher gekommen nämlich empty gas heißt gibt gar keins mehr aus russland und jetzt immer schon bei 60 prozent und das praktisch fast über nacht und es gibt auch informationen über die hast du schon gesprochen über eine sogenannte operation sunrise über die kannst du gleich auch noch was sagen darüber berichtest du auch schon seit über einem jahr ungefähr und die wird jetzt auch allmählich in die tat umgesetzt wie wir hier sehen können denn es gibt ein neues kommando für heimatschutz unter dem auch unter anderem von deinen informanten angekündigten general breuer und da heißt es diesmal also der ist ja schon eingesetzt worden wegen der corona pandemie und jetzt heißt es als konsequenz aus dem russischen einmarsch in die ukraine auch der corona krise und der flutkatastrophe bekommt die bundeswehr zum ersten oktober ein territoriales führungskommando bislang sei die operative führung der kräfte im inland über viele bereiche verteilt gewesen nun aber werde sie in berlin gebündelt und unmittelbar dem verteidigungsministerium unterstellt das hat deine lieblingsministerin christine lambrecht mitgeteilt leiter dieses aufbaustabes und erster befehlshaber wie gesagt generalmajor karsten breuer der hatte ja auch schon mal einen einsatz im corona krisenstab und ja das ministerium sagt einfach die streitkräfte müssten jetzt verstärkt werden und das neue kommando soll unter anderem verantwortlich sein für die operative führung nationaler kräfte im rahmen des heimatschutzes einschließlich der amts- und katastrophenhilfe sowie der zivil militärischen zusammenarbeit ja ich finde schon interessant wie man hier argumentiert und sagt aufgrund in erster linie dieses ukraine einmarsches das wird ja gebracht und dieser ukraine einmarsch der fand ja erst im februar statt und zwar am 24 februar wir reden bereits schon seit november letzten jahres davon dass karsten breuer des den inneren bereich in der bundesrepublik deutschland immer mehr führen wird und der war schon damals richtig eingeführt worden wir haben offen darüber gesprochen in der operation sunrise haben uns unsere whistleblower längst erzählt dass das was jetzt gerade kommt dort vorbereitet wurde also es sei denn man wusste schon im november also bevor russland überhaupt die diskussionsgruppe grundlage im dezember an die usa geschickt haben um den ukraine krieg abzuwenden also da wusste man wohl schon dass man das machen wollte und dass es zu einem ukraine krieg kommen soll oder wie soll ich das anders interpretieren dann geht es um die sogenannte landesverteidigung die da mehr oder weniger diskutiert wird ich frage mich ob das land verteidigt wird oder die regierung vor ihren bürgern das sollte man vielleicht mal unterscheiden das könnte eine regierungsverteidigung sein gegen ihre eigenen menschen das ist ein ganz anderer vorgang als eine landesverteidigung was man doppelt deuten kann und ich habe so das gefühl da läuft so ziemlich mächtig alles aus dem ruder und dann kommen die üblichen narrative die man da wieder reinbaut bei katastrophen wie eben halt dieser wassergeschichte und so weiter läuft das ab nein ich sehe dass hier eine unregierbarkeit der bundesrepublik deutschland im raum steht die momentane truppe die dort diese geschichte verwaltet diesen scheiterhaufen wie ich es immer sage mehr oder weniger dass deren tage gezählt sind und dann eine übergangssituation eventuell einer militärischen regierung eben halt besonders vorgestellt werden muss das gehört ja alles mit ins bild rein also diese argumentation die hier gebracht werden kann ich nicht nachvollziehen weil sie aus meiner sicht schlichtweg falsch sind ja vielleicht sind es aber doch auch noch andere aufgaben jedenfalls wenn man frau lambrecht genauer zuhört sie sagt mit dem neuen kommando können wir über die rein militärischen aufgaben hinaus sehr schnell die nötigen kräfte für einen nationalen krisenstab bereitstellen das kommando solle auch für nationale verlegungen im zusammenhang mit planungen der nato zur landes und bündnisverteidigung zuständig sein außerdem werde es in abstimmung mit der nato die verlegung alliierter kräfte durch deutschland organisieren und so ganz überschriftsmäßig wird dann noch gesagt mit diesem neuen kommando soll eine nationale territoriale führungsfähigkeit über das gesamte themenspektrum frieden krise und krieg hergestellt werden ja das bedeutet ein zusammenrücken der bundeswehr mit der nato im zusammenhang des heimatschutzes der dem bundesministerium für inneren untergeordnet ist mit anderen worten die nato wird jetzt also quasi auch offiziell mit in die landesverteidigung mit integriert oder auch in die regierungsverteidigung gegen die eigenen bürger und das finden wir dann eben halt auch wenn wir über corona sprechen dass man corona maßnahmen natürlich im interesse der gesundheit der menschen dann durchsetzen könnte und wenn wir wissen dass die corona maßnahmen natürlich auch die mittel sind um menschen ruhig zu stellen um damit eine legitimation zu haben menschen mehr oder weniger angreifen zu können festnehmen zu können verhaften zu können inhaftieren zu können und so weiter dann wissen wir ungefähr wohin der hase hier gerade hoppelt hoppelt ist sehr hübsch gesagt andreas vielleicht noch ganz zum schluss wie viele stellen werden dazu neu geschaffen also es heißt das ist tausend wieder in verbindung mit der nato übrigens da heißt es ist eine meldung von ntv um die fähigkeiten bei der truppe im zusammenhang mit dem deutschen beitrag zur erfüllung der nato bündnisverpflichtungen zu stärken soll es 1000 dienststellen für ein zusätzliches logistik bataillon geben zudem sind 700 dienststellen für zwei zusätzliche kompanien zur abc abwehr sowie 200 stellen für eine zusätzliche feldjäger kompanie vorgesehen feldjäger kompanie ist natürlich immer ganz interessant das sind die jungs die nämlich überlaufende soldaten die ihren helm runterschmeißen ihre waffe runterschmeißen und sagen ich spiele nicht mehr mit die werden dann von den feldjägern gejagt und entsprechend inhaftiert das heißt man bereitet sogar vor auch dann gegen die soldaten vorzugehen die zum beispiel sagen ich werde mich jetzt weigern und werde jetzt meine befehle nicht mehr ausführen weil ich sie von meinem gewissen nicht mehr verantworten kann ja und ansonsten wird hier natürlich ganz klar und locker flockig quick and dirty die staatsquote erhöht wieder einmal natürlich auf kosten der deutschen bürger die jetzt schon aus staatsschulden gar nicht mehr aus den augen gucken können und auch hier geht es also konsequent weiter ja und du hast neue meldungen auch wieder aus den verschiedenen bereichen der boards in regierung und logistik andreas und da stockt man ja auch weiter auf das scheint also sich auch zu einer dauerhaften einrichtung zu entwickeln mit weiteren ausbaustufen was eben die krisen boards die krisenzuständigkeiten angeht ja es gibt da ja einen zusammenhang des bundesministerium des innern bundesministerium für verkehr und dann kommen dazu noch diverse unternehmensberatung wie ifo institut die zwar keine direkte sind aber dort fungieren da gibt es die leute da gibt es die ernst und young oder ey heißt es ja mittlerweile accenture und so weiter die alle an diesem plan sunrise mitarbeiten so nennt sich eben halt dieses programm sunrise und das ist der codename wohlgemerkt aus den 40er jahren im rahmen des zweiten weltkriegs unter der operation sunrise verstand man die totale kapitulation deutschlands das möchte ich hier noch mal wiederholen es gibt also jetzt in diesem neuen boards die dort eingesetzt werden wurden von diesen behörden notfallpläne die sind jetzt übrigens aktivierungs bereit also man erwartet quasi in deutschland planwirtschaftliche vorgaben bei sogenannten einheitsartikeln das heißt die verschiedenen hersteller von nahrungsmitteln das sind ja momentan noch konkurrenten die stellen dann nur noch eine sorte mehl bandnudeln oder auf eierbasis und so weiter her also das heißt es wird jetzt ganz stark eingedampft das angebot erinnert so ein bisschen an die ddr zeit des konsums und genau das ist da ja offenbar auch aufgebaut also aktuelle kritische artikel die werden also zurzeit nicht mehr aufgefüllt und die möchte ich gerne mal ganz kurz hier benennen das ist ganz wichtig das heißt also wir haben hier eine dramatische lager in den lagerbeständen und wir gucken uns mal an wie die sich gegenüber januar 2022 entwickelt haben die lagerbestände und das sind dramatische zahlen die aktuell sind und da direkt aus diesen gremien der ministerien kommen nudeln sind um 22 prozent zurückgegangen die lagerbestände mehl um 58 nein die nudeln um 62 und nicht 22 22 nudeln um 62 prozent mehl um minus 58 prozent habe ich hier auch stehen das hatte ich mir nämlich vorhin aufgeschrieben wie viele das sind konserven waren die sind ja momentan sehr gefragt die gehen sind durchschnittlich um minus 52 prozent zurückgegangen also viele menschen in europa in deutschland kaufen gerade konserven und langhaltende lebensmittel milch die ja nur eine geringe lagerdauer haben die sind um 48 prozent zurückgegangen und natürlich auch die weizenprodukte also noch mal nicht im einkauf zurückgegangen sondern was die auffüllung der lagerbestände die lagerbestände sind das hatte ich unter der überschrift genannt vielleicht sollte ich immer zwischendurch noch mal sagen also auch dort sind die lagerbestände der weizenprodukte um weitere 69 prozent zurückgegangen und die waren schon ziemlich weit unten durch die corona krise viele erinnern sich gar nicht mehr was seit 2020 ja bereits gelaufen ist auch da waren sie schon runter und was man auch ganz deutlich merkt ist hier die tiefkühl artikel und fertig waren die sind um sage und schreiben minus 72 prozent in den lagerhaltungen runter und hier merkt man natürlich auch die kosten für die herstellung und des kühlkettentransportes ja ich wollte dich noch fragen du hattest ja immer wieder auch letztes und vorletztes jahr die warnungen weitergegeben was das thema tierfutter angeht also du hattest immer wieder gesagt bitte sorgt vor und manche sagen jetzt vielleicht naja ist ja nichts passiert ist ein bisschen reduziert worden der ganze warenbestand aber man bekommt es immer noch ja das thema tierfutter ist natürlich weiterhin extrem kritisch gerade im eskalationsfall weil man nämlich sämtliches tierfutter deren produktion und auch deren transporte als verzichtbar deklariert hat die gehören nicht mehr in die notfallversorgung mit rein also wenn es nichts mehr zu essen gibt wird das tierfutter einfach gestrichen die tiere können halt drauf gehen das gleiche gilt übrigens auch für die menschen dann für die drogerie und hygiene artikel also die herstellung und das ist auch interessant zum beispiel bei pvc flaschen die pvc flaschen sind ja diese kunststoff flaschen die aus öl und sehr energieintensiv hergestellt wird wo wir alles drin finden von ketchup über öle oder was auch immer wieder kaufen können das ist ja alles in diesen flaschen und das wird auch als verzicht für die bevölkerung durchaus eingestuft also das schon ziemlich menschenverachtend was da läuft noch mal ganz kurz zurück zu den lagerhaltungen die schokolade ist um 32 prozent in der lagerhaltung zurückgegangen aber eins ist ganz wichtig reis ein grundnahrungsmittel um minus 82 prozent zurückgegangen das halte ich für dramatisch wir hören ja auch gerade dass die kartoffeln so wahnsinnig teuer geworden sind in europa und in deutschland auch das spielt eine rolle das ist ja auch immer wieder der grund warum wir unsere garten podcast machen kartoffeln zum beispiel wenn man ein stückchen land irgendwie zur verfügung hat kartoffeln sind immer sehr leicht einzubringen und wachsen von alleine ein bisschen brennessel jauche vielleicht noch darüber und dann freuen sie sich und wer eben sowas nicht hat sondern nur einen kleinen balkon möchte ich sagen ihr könnt euch auch diese gartensäcke kaufen in denen man das anpflanzen kann dann ist der balkon halt mit ein paar garten säcken vollgestellt aber ihr habt kartoffeln im herbst andreas dieser neue nato bundeswehr krisenstab mit herrn generalmajor breuer über den wir gerade gesprochen haben der ist ja eigentlich ein deutliches beispiel dafür dass die veränderungen die du schon letztes jahr ja auch angekündigt hast unmittelbar bevorstehen das sind ja jetzt dann erst die schritte die genommen werden das heißt eine total krise in sachen lebensmittelversorgung aber auch energieversorgung und so weiter verteuerung die kommt ja nicht mit einem schlag über nacht sondern sie entwickelt sich und wir schauen jetzt mit dem beginn der mikroben krise praktisch schauen wir der destabilisierung des bisher bestehenden gesellschaftlichen systems zu mit einem ganz klaren ziel das wohl auch weiterhin anvisiert werden wird nämlich dem zusammenbruch dem zusammenbruch und genau das wird auch verfolgt und was jetzt gerade generalmajor karsten breuer noch mal genannt der eben übrigens genauso wie der bundesnetzagentur chef klaus müller übrigens permanent und aktuell über die listen der warenverteilung immer informiert werden man fragt sich warum bekommt ein bundeswehrgeneral eigentlich die aktuellen listen über die lebensmittelversorgung in deutschland es sei denn man sagt okay die bundeswehr wird wahrscheinlich bald die übergangsregierung bilden das stellt sich für mich jetzt natürlich hier als frage das entscheidende ist aber immer noch das thema empty gas das haben viele doch nicht man kann es auch nicht mehr hören das wird doch irgendwann dann müde also das ist das horrorszenario für alle krisenboards in den ministerien nach wie vor wenn das gas weg ist und steht wohl ein sehr heftiger winter ins haus und allen experten ist klar dass eine korrektur eine korrektur zum alten normal was wir kannten nicht mehr möglich ist also auf jahre zumindest nicht mehr möglich ist und das was jetzt hier in y statistikern zum beispiel die bringen das öfters auf den punkt in diesen boards das sind so die insider die dann so ein bisschen uns dann erzählen was denn da genannt wurde der sagt oder die haben festgestellt dass ein großteil der bevölkerung völlig erschöpft ist und momentan die kovid 19 freiheit genießt keine maske mehr und diese ganzen dinge und viele merken die dramatische situation überhaupt nicht die sich anbahnt und wollen es auch nicht wir alle kennen in unseren kreisen in unserem umfeld solche menschen die das ablehnen das auch deren gutes recht aber für den fall dass es wirklich zum großen crash kommt und das ist spannend davon gehen die behörden aus dann wird es eine große ernüchterung in der masse der bevölkerung geben und viele der spezialisten im bundesministerium des innern rechnen mit panik und auch mit wirklichen aufständen und man diskutiert übrigens dabei auch offen von benzinpreisen von drei bis vier euro in kürze die auf uns warten interessant ist eine aussage von einem ihren manager der da mal gesagt hat das ist eine öffentliche eine wirkliche wörtliche rede und macht die bevölkerung einen aufstand hat er gesagt dann lockt daunen wir halt wieder und drehen die ausgangssperren und die abstandsregeln wieder scharf das nennt man hammer and dance und das ist eine ausgefeilte strategie aus den us amerikanischen think tanks die ja schon zu beginn der corona pandemie vielen regierungen als grundlagen papier mitgeteilt wurde so ist es also fassen wir einfach zusammen ganz kurz was ich vorhin schon sagte es ist wie so eine art perfekter sturm der vorbereitet werden soll gas geht zu ende stromausfall deutschland wird übrigens nebenbei noch als schuldig deklariert wenn die ukraine kapitulieren muss und das ist gerade auch in der diskussion dass die ukraine jetzt irgendwie in eine verhandlung kommen muss weil sie nicht mehr lange durchhalten kann und die experten des krisen boards die wissen übrigens genau dass das schon ein bewusstes framing ist und aus gut informierten kreisen wissen wir dass es zum plan gehört dass man dann deutschland wieder als melkkuh für den wiederaufbau verwenden will man spricht jetzt schon von einem marschallplan 2.0 für die ukraine in den insider kreisen der gremien in den ministerien selbst und verwunderlich ist auch die tatsache das finde ich übrigens ganz spannend dass man in den gremien von den wirtschaftsbereich polen ukraine in einem atemzug spricht man spricht also nicht mehr von polen und der ukraine sondern man spricht von der polen und ukraine wirtschaftszone und das ist schon sehr spannend und auch immer mehr polnische experten sind in den boards mittlerweile in deutschland reingeholt worden und hier scheinen sich ganz besondere entwicklungen anzubahnen die hinter vorgehaltener hand natürlich unter den führenden beamten auch diskutiert werden das muss man einfach wissen ja wer augen hat der höre ach nein sehr und für ohren hat der höre ja genau so ähnlich geht es und die diskussion geht ja schon in die ganzen medien auch hinein die ehemalige agrarministerin künast hat zum beispiel gesagt die zeit billiger lebensmittel die sei jetzt vorbei da gab es ja jetzt den deutschen bauerntag gestern und sie unterstützt pläne die mehrwertsteuer auf obst und gemüse zu senken aber sie fordert trotz der weltweiten auswirkungen des ukraine kriegs auf die landwirtschaft an der agrarwende festzuhalten und wir wissen schulter an schulter mit der landwirtschaftsminister ist wird ja gerade festgelegt dass gewisse brachflächen nicht umgedeutet werden dürfen in anbauflächen womit deutschland sich ein stückchen mehr selbst versorgen könnte nein man bringt deutschland weiter in die abhängigkeit von anderen ländern die aber ebenfalls probleme haben und auch das darf man bei dem gesamtblick auf die situation niemals vergessen und währenddessen hört man also immer mehr auf die abkehr vom fleisch verzehr und der wiesenhof chef der ist ja für hähnchen bekannt der fordert zum beispiel jetzt endlich die freigabe von laborfleisch in europa dazu werden wir übrigens auch noch ein spannendes video morgen veröffentlichen und er hat also gegenüber der eu geäußert das oder wörtlich gesagt wenn da nicht etwas mehr tempo gemacht wird in brüssel wird es am ende so sein dass die genehmigung in den usa und in asien vorliegt zum verkauf und wir hier in europa wieder mal zu spät dran sind also andreas wie bei den impfstoffen scheint es jetzt einen wettlauf zu geben zwischen den ländern und natürlich dann auch den entsprechenden unternehmen was die genehmigung für künstliches fleisch angeht ja und diese geschichte ist ja auch wieder so vegetarismus in allen ehren ich selbst favorisiere das auch aber wir dürfen eines nicht dabei vergessen dieser völlige umsturz jetzt von der fleischernährung auf künstliches fleisch alles auf das ist ja dann auf der basis von öl hergestellt also es sind also chemische prozesse mit bestimmten strukturen da gibt es viele unternehmen ich kannte die die sich mit solchen themen auseinandergesetzt haben brötchen zu produzieren beispielsweise wo kein einziges getreide mehr drin ist das finde ich auch ganz wichtig sondern es wird also künstlich hergestellt aus einer art kunststoff und ob das nun wirklich die lösung sein soll das soll man mal dahingestellt lassen ein weiteres problem für die pflanzenwelt ist übrigens was ist eigentlich mit dem ganzen mist der kühe der schweine das heißt also der mist zum beispiel der tiere ist auch gleichzeitig düngemittel für die landwirtschaft das heißt wenn man jetzt die tiere komplett pauschal mal eben abschafft dann fehlen natürlich auch große düngemittel grundlagen für die normale pflanzenwelt das heißt es muss dann komplett auf kunstdünger umgeschaltet werden und worauf man immer dann hinausgeht ist es wird die umschaltung von lebensmitteln zu reinen füllstoffen wird dargestellt das ist das was dahinter steht wir haben kunstfleisch kunstdünger wahrscheinlich irgendwann kunstpflanzen weil sie gar nicht mehr wachsen können weil übrigens der co2 gehalt in der luft für das pflanzenwachstum zu gering ist auch interessant um hohe ernten zu fahren aus diesem grunde müssen in großen gewächshäusern co2 bedampfungen der pflanzen stattfinden und wenn wir sehen dass wir in unserer außen atmosphäre nur ein bruchteil von co2 haben gegenüber dem was zum beispiel in betrieben in innenräumen in fabriken erlaubt ist dass es nämlich ein mehr als zehnfaches was da erlaubt ist was immer noch nicht schädlich ist diese doppelmoral die ist einfach kaum noch zu begreifen andreas es wird aber schön geredet also viele freuen sich darauf und sagen dafür müssen dann keine tiere mehr sterben allerdings videos gesagt dass das wird ja auch im 3d drucker kannst du das herstellen das künstliche fleisch und wir reden von künstlich das heißt es ist kein leben mehr drin das leben ist raus das wird rausgenommen natürlich wird es auch aus einem tier rausgenommen wenn es geschlachtet wird ist gar nicht die frage aber es sind natürliche stoffe und das heißt es ist derselbe weg wie bei den gen manipulierten getreidesorten gemüsesorten und so weiter das leben verschwindet aus den nahrungsmitteln und wird durch künstliches ersetzt ja und das ist das wichtige dass wir uns darauf beruhen sollen das wichtigste ist die schöpfung die natur stellt uns alles zur verfügung ist eine zitrone und ihr habt einen wunderbaren gehalt an verschiedenen vitaminen wenn ein vitamin c zum beispiel hergestellt wird in einer industrieanlage dann kommt auf ein gramm c vitamin c was produziert wird im reaktor viele viele kilo an sondermüll daraus zurückbleibt und das ist die zukunft nämlich der künstlichen fleisch auch das war jetzt heute wieder ein bisschen viel und wir moderieren jetzt sogar noch in unsere schöne abschluss musik hinein wir wünschen euch trotzdem bleibt bitte stark bleibt stabil bleibt dem gott vertrauen diese zeit werden wir durchschreiten und heute gibt es wieder ein abendgebet so ist es alles liebe und bis am freitag dann so So, 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 so. Der Kaffee ist fertig.